Musik Lieber Eismann, wenn ich Schnitzel zubereite, sieht meine Küche nach dem Klopfen immer aus wie ein Schlachtfeld. Was kann ich tun? Hallo, mein Name ist Michael Haug und ich bin Eismann in St. Ingbert. Mein Tipp dazu, nehmen Sie Ihr Schnitzel und machen Sie es in einen Gefrierbeutel. Danach müssen Sie den Fleischklopfer nicht reinigen und die Küche bleibt auch sauber.